Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Roblox-Video, Freunde, und herzlich willkommen zum Loch-Simulator. Das ist genau das, was ihr euch vorstellt. Wir sind ein Loch, was hier rumfährt, und wir können alle möglichen Gegenstände, die hier rumliegen, einfach auffressen. Zum Beispiel diesen Feuerhydranten. Oder auch hier drüben... Warte, passt der Baum schon rein? Ja, das war ein Game, was ich früher... Das ist schon bestimmt zwei, drei Jahre her, habe ich das immer auf dem Handy gespielt. Oder ist, glaube ich, noch viel länger her. Ja, das ist viel länger her. Naja, ist aber auch egal, weil hier kann man wirklich... Seht ihr das? Das Loch wird nämlich immer größer. Und wir können immer größere Gegenstände hier verschwinden lassen, ne? Erst nur so Büsche und so Bäumchen. Und jetzt hier schon so Mülltonnen und Straßenlaternen, bis wir immer größer werden. Wir können uns noch so Upgrades und sowas hier kaufen. Ihr seht hier oben, ich habe schon 3.000 Dollar. Ich habe das Game nämlich eben schon mal gespielt. Ich habe das Game auch eben schon mal aufgenommen. Aber irgendwie wurde mein Mikrofon nicht aufgenommen. Das heißt, ihr habt gar nicht meine schöne Stimme gehört. Deswegen muss ich es jetzt nochmal aufnehmen. Deswegen habe ich eben schon so ein paar Sachen freigeschaltet. Man kann sich hier so Verbesserungen kaufen und so. Damit das Loch noch größer werden kann und wir auch Häuser essen können, ja? So einige Upgrades habe ich jetzt schon gemacht. Ich zeige euch das alles mal. Wir können jetzt hier wirklich alles, desto größer wir werden, können wir wirklich alles hier verschwinden lassen, ja? Hier sogar diese Pflanzkübel. Die Mülltonnen hatten wir eben schon. Und werden die ganze Zeit größer. Wir sind jetzt schon... 8.000 haben wir jetzt schon erreicht. Oben rechts ist auch so eine Rangliste. Könnt ihr schon sehen. Und das Maximum, was wir aktuell erreichen können, ist, glaube ich, 170.000. Soweit hatte ich jetzt echt schon freigeschaltet. Deswegen können wir jetzt erstmal eine ganze Menge futtern, bis wir groß genug sind und dann auch wirklich ein ganzes Haus essen können. Vor allem auf der Map hier, Moment, wir laufen mal oder wir fahren mal ein Stück mit unserem Loch hier lang. Weil auf der Map hier, ihr seht es, hier gibt es auch so richtige Hochhäuser und so. Die können wir halt später auch einfach futtern. Wir können ultra groß werden und so komplette Gebäude, komplette Straßen einfach essen. Also es wird richtig, richtig gut. Ich bin mal gespannt. Wir werden gleich noch mehr Sachen freischalten, als ich eben schon gemacht habe. Bis wir hier, guck mal, wie groß das Haus hier ist. Ey, wenn wir so groß werden, dass wir so ein Haus essen können, let's go. Und ich glaube, wir brauchen circa eine Größe von, hör, wir sind unten, unten steht es, wir sind 27.000. Und wir brauchen circa eine Größe von, ja, so 50 oder so, bis wir so ein ganzes Gebäude essen können. Also einiges brauchen wir da. Und der erste in der Rangliste hat sogar 300.000. Ey, der muss ja ultra groß sein. Okay, aber wir schnappen uns erstmal das alles hier. Wir sind schon fast bei 40.000. Sehr gut. Und die Sachen tauchen hier zum Glück immer wieder auf. Da können wir immer neue Sachen essen und alles weiter wachsen. Jetzt haben wir schon 40.000. Das reicht noch nicht ganz für ein Haus, leider. Da sind wir noch zu klein für. Oh, da ist der andere. Oh, der hat gerade ein Haus gegessen. Ich kann auch kein Haus essen, das ist voll unfair. Aber ist nicht so schlimm, wir ziehen uns diese ganzen Bäume hier rein. Die bringen auch erstmal einen guten Bonus. Die geben uns ordentlich Punkte. Und hier ist so eine ganz Mini-Parkanlage. Die können wir einfach direkt in Luft auflösen lassen. Jetzt haben wir auch schon 50.000. So, warte mal. Das müsste rein theoretisch. Guck mal hier. Reicht das für das Gebäude hier? Ja, ja. Oh, es fällt einfach rein. Ja, und es bringt uns 9.000 Punkte. Damit können wir jetzt viel schneller wachsen, weil wir viel schneller Punkte bekommen. Das Gebäude hier passt auch rein. Guck mal, die fallen jetzt einfach hier rein. Okay, warte mal. Das hier müsste auch gehen, oder? Warte mal. Komm, 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 ja. Let's go. 16.000. 9.000. Alter, diese ganzen Häuser werden einfach vernichtet. Hier, das Fitnessstudio. Oh, ja. Fitnessstudio auch. Das hier auch. Und jetzt müssten wir gleich, pass auf, jetzt sind wir am Maximum. Wir haben jetzt 179.000 aufgenommen. Das können wir jetzt verkaufen. Dafür bekommen wir Geld. Und jetzt können wir uns hier so Verbesserungen kaufen, dass das Loch noch größer werden kann. Und, dass wir noch mehr Geld bekommen, wenn wir verkaufen. Aber wir sind jetzt wieder ganz klein. Wir müssen jetzt immer wieder von vorne anfangen. Aber jetzt beim nächsten Mal ist das Limit nicht 170.000. Sondern beim nächsten Mal ist das Limit 250.000, das wir erreichen können. Das heißt, wenn wir jetzt wieder so viel essen wie eben, werden wir noch, noch mal fast 100.000 größer an Masse. Also richtig brutal. Passt so eine Laterne schon rein? Yes, let's go. Mit den Laternen kriegt man nämlich richtig guten Boost am Anfang. Hier so ein bisschen Bäume. Noch eine Laterne. Let's go. Als rein hier. Als rein mit dem Zeug. Ich nehme es mit. Kein Problem. Und am meisten Spaß macht das Game halt wirklich ab dem Punkt. Ab wo? Na, ab wo die anderen Häuser hier reinpassen. Dann kriegt man so viel schneller Punkte. Es dauert echt immer eine Weile, bis man wieder groß genug ist, dass man die Häuser wieder futtern kann. Aber wenn die Häuser wieder reinpassen. Ich meine hier so ein Haus. Plopp. 10.000 Punkte. Let's go. So, warte mal. Hier, das passt auch rein, ne? Ja, easy. 100.000 haben wir jetzt schon wieder. So, warte mal. Das hier vorne passt auch rein. Das hier passt. Das hier passt auch. Let's go. Jetzt haben wir schon 130.000 wieder. So, der fällt jetzt einfach hier rein. So, dieser Coffee Shop. Passt der auch? Das könnte. War sehr knapp. Aber hat gepasst. 162.000. So, das passt hier jetzt rein. Easy. Und das passt hier auch rein. So, können wir jetzt schon so ein Hochhaus? Wenn ich da... Guck mal, wenn ich so unter das Hochhaus fahre... Ja! Alter, ich hab so ein ganzes Hochhaus aufgelöst. Yo! Guck mal, die fallen jetzt einfach hier rein mittlerweile. Ey, wir sind jetzt so groß. Jetzt haben wir 250 erreicht. Okay, wenn wir das jetzt verkaufen, kriegen wir 79.000. Jetzt können wir die Geschwindigkeit erhöhen. Und dreimal unsere Größe. Jetzt geht es bis 384.000. Wenn wir jetzt nochmal richtig aufleveln. Wenn wir jetzt nochmal komplett durchziehen. Wir machen nochmal... Wir bauen nochmal komplett von Null auf. Bauen wir jetzt nochmal das Loch quasi auf. Und dann können wir bis 380.000 wachsen. Hä? Okay, das müssen wir jetzt auf jeden Fall testen. Ey, das war gerade 250.000. Wir sind dann... Also nicht doppelt so groß. Aber schon verdammt viel größer. Ich glaube, bei 380.000 kann man schon jedes Gebäude auf der Map essen. Also nicht alle auf einmal. Aber selbst das Größte hier, hier vor uns das, können wir dann, glaube ich, easy auffuttern. Und das werden wir gleich rausfinden. Ich mach das mal eben wieder. Guck mal, ich hau hier die ganzen Parkanlagen weg und alles. Und dann haben wir gleich wieder genug, um die Häuser reinzuladen. Und dann gehen wir direkt auf die Größe 380.000. Let's go! Oh, und jetzt geht es wieder los. Passt das? Es passt. Das war zwar knapp. Das war ganz knapp. Aber es passt. Okay. Sobald die Häuser hier reinpassen, geht das Game halt wirklich... Oh, das... Ah! Ah! Ne! Ey! Mein Loch ist verstopft! Hilfe! Hilfe! Der Coffeeshop hat noch nicht reingepasst. Okay, warte, warte, warte. Ich brauche jetzt noch ein paar mehr Punkte. Der Coffeeshop passt noch nicht. Okay, das hier passt jetzt aber, ne? Ja, knapp, aber passt. Das jetzt auch? Okay, es geht weiter, es geht weiter. Let's go. Let's go. Bis 380.000 können wir jetzt... Oh, guck mal, hier ist eine ganze Häuserreihe. Die lösen wir dann jetzt mal in Luft auf, würde ich sagen, ne? Passt der hier auch rein? Ja? Na, passt der? Passt der? 200.000 haben wir jetzt erst. 200.000. Das können wir jetzt noch durchziehen. Bis 3... Oh, so ein Wohnhaus jetzt auch einfach. Flupp. Oh, warte mal. Das Gebäude hier ist noch viel größer. Was ist das hier? Was gibt's... Was ist das für ein Haus? Das passt noch nicht rein. Das passt noch nicht rein. Okay, aber die hier passen alle rein. Ganz locker. 330.000. 350.000. 360.000. 380.000. Da sind wir. 380.000. Gar nicht so groß. Ich dachte, das ist größer. Ich dachte, das ist viel größer. Da hilft nur eins. Wir müssen das noch verbessern. Jetzt geht... Jetzt geht 550.000. Okay. Okay, warte. Ich fress mich schnell wieder groß. Und wir schauen mal, wie groß 550.000 ist. Ich muss das jetzt rausfinden, Freunde. Ich muss rausfinden. Ich will dieses große... Ich will das große Gebäude essen. Ich will das... Ich will das große Gebäude. Das will ich futtern. Ja? Das müssen... Das muss noch machbar sein. Das geht auch nicht, dass das nicht geht. So, warte. Zack. 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 Das geht jetzt schnell. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder Häuser essen können. Na, und das... Knapp, aber... Okay, es passt. Es passt einfach. Das war close. Okay. Wie groß ist 500.000? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. So, warte mal. Oh, die Häuser respawnen auch voll schnell, ne? So. Zack. Rein damit. Easy. Und rein damit. Easy. Okay. Jetzt müssten auch die größeren Häuser schon wieder reinpassen. Ey, ist crazy, ne? Von 100.000 aus. Geht das jetzt noch so viel weiter? Obwohl die Gebäude jetzt schon alle hier reinpassen. Easy. So, Moment. Hier drüben dieser... Was steht da dran? Rugstore. Ist das ein Teppichladen? Der passt locker hier rein. Der Coffee Shop hier? Auch. Gar kein Problem. Passen jetzt schon die Wohnhäuser? Die passen schon. Let's go. Okay. Diese Hochhäuser jetzt auch? Oh, wir sind schon wieder über 200.000. Eben. Was war eben das Limit? 280, ne? Und jetzt 5... Ne, 380. 380. Und jetzt einfach 500. Guck mal, dieser Auto-Repair-Laden fällt jetzt einfach hier rein. Jetzt sind wir schon bei 300 irgendwas. So, warte mal. Kann das Gebäude... Kann ich das Gebäude... Ne, niemals, oder? Das Gebäude. Warte, ich nehme mal hier die anderen Gebäude erst noch mit, damit ich noch ein bisschen größer werde. So. Guck mal, die fallen jetzt einfach runter. Einfach rein. Aber das hier... Ne, ja. Ne, ich kann es nicht mehr bewegen. Oh, Mann. Man kann, wenn man kurz davor ist, dass man die Häuser essen kann, kann man die schon so bewegen. Aber das, da kann ich ja nicht mehr bewegen. Ah, guck mal, ich bin jetzt schon komplett voll wieder. Wie viel kriege ich, wenn ich das jetzt verkaufe? 187.000. Guck mal, jetzt könnte ich das verbessern auf 680. Dann verbessere ich nochmal die Geschwindigkeit und so. Ja, ne? Alles nochmal ein bisschen verbessert hier jetzt. Jetzt können wir noch schneller fahren mit unserem Loch. Aber 680? Wollen wir das auch noch einmal machen? Können wir? Ein Häuschen. Dann noch ein... Noch ein Häuschen. Das war knapp. Ein Häuschen und ein Haus. Und noch ein... Oh, ja. Ja. So. Dieses große Hochhaus hier, Freunde. Das ist das Ziel. Dieses große Hochhaus da, das wird gleich hier reinfallen. Ja. Guck mal. 380 jetzt hier schon wieder. Und jetzt fahre ich einfach hier durch. Plopp, 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 plopp. Und jetzt schnappen wir uns das hier. Ja, es hat gepasst. Es hat gepasst. Passt das hier auch? Das passt immer noch nicht. Ich bin sauer. Ich bin so sauer. Passt das hier? Passt das hier? Nein, keine Chance. Aber, aber, ey, schaut euch das mal an. Wie verrückt ist das bitte? Wie viele Punkte sind das? Alter, es geht so schnell, desto größer man wird. Man wächst so schnell auf einmal. Guck mal. Guck mal, jetzt kann ich nichts mehr essen, weil ich voll bin. Mein schwarzes Loch ist voll. Ich kann nichts mehr futtern. Es geht so schnell, wenn man die Größe auf einmal hat. Das ist crazy. Okay, wenn ich das alles verkaufe, kriege ich 265.000. Und jetzt kann ich es verbessern auf eine Million. Genau eine Million. Na das, liebe Leute, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Eine Million klingt wie eine gute Zahl, finde ich. Genau eine Million. Das schaffen wir nochmal. 300.000 haben wir schon wieder. Let's go. Aber hier ist noch wer anders unterwegs, der auch übel groß ist. Aber kein Problem. Wenn wir jetzt auch eine Million haben, dann ist der Unterschied nicht mehr so heftig. So, rein, rein. Oh, hier ist ja auch voll das große Haus, ne? Aber das? Ne, das passt noch nicht, glaube ich. Oder manche Häuser kann man auch aus irgendeinem Grund gar nicht auffressen. Bei manchen Häusern geht das einfach nicht. Ey, und wie schnell es einfach geht, wenn man so groß ist, ne? Guck mal. Ich fahre jetzt hier einfach durch diese Straße, durch diese Häuser. Die fallen einfach rein. Jetzt hier dieses große. Passt es? Passt es? Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Oh Mann. Warte, ich hatte mich so gefreut, aber es funktioniert nicht. So, das hier fällt rein. Das fällt rein. Das fällt rein. Wir haben gleich eine Million. Da ist der andere Typ. Guck, wie groß der ist. Was ist mit ihm los? Hat sich komplett überfressen. Eine Million, Zehntausend. Ja, da ist es, da ist es. Eine Million, Zwölftausend. Wenn wir das verkaufen, kriegen wir 390.000 und wir sind wieder klein. Ey, Leute. Wenn ich das Game mal noch weiterspielen soll. Keine Ahnung. Zwei Millionen Größe oder so. Lasst einen Daumen nach oben und dann auch wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Oh, bis dahin.